Heute gibt es für euch wichtige Wörter, ganz langsam ausgesprochen. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Ich spreche heute wichtige Wörter ganz langsam für euch aus. Macht gerne die Untertitel an. Los geht's! Wie heißt die Frau? Wie heißt der Mann? Wie viel kostet es? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich bin müde. Ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen. Können Sie etwas für mich übersetzen? Können Sie etwas für mich übersetzen? Habe ich das richtig geschrieben? Habe ich das richtig geschrieben? Können Sie dort für mich anrufen? Können Sie dort für mich anrufen? Können Sie das für mich ausfüllen? Können Sie das für mich ausfüllen? Können Sie etwas für mich aufschreiben? Können Sie etwas für mich aufschreiben? Ich wohne in der Straße 5. Ich wohne in der Straße 5. Meine Postleitzahl ist die 1, 2, 3, 4, 5. Ende. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Macht weiter so. Ihr schafft das ganz bestimmt. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen. Bis bald, auf Wiedersehen.